In der Lösungsphase ist es mir ganz wichtig, dass die Pferde nicht spektakulär traben, im Gegenteil, dass sie ganz locker joggen. Lösen ist ein sehr wichtiges Thema und trotzdem sagen wir, lösen so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig. Warum so kurz wie möglich? Weil wir gerne die Konzentrationsfähigkeit vom Anfang nutzen. Schon fünfjährig, sechsjährig üben wir ohne Hand aufzunehmen, weil am Ende ist es doch das Ziel, dass es leicht aussieht. Und wenn wir das zu Hause nicht üben und im Training, dann wird es auch nicht leicht. Und jetzt versucht der Raffi mit seinem inneren Schenkel das innere Hinterbein nach vorne zu treiben und mit seinem äußeren Zügel die Schulter nach innen zu füllen. Super, jetzt musst du wieder raus, sonst ist es zu lang. Einmal Schrittpause, ganz gut, richtig gut. Super, jetzt musst du wieder raus, sonst ist es zu lang. Untertitelung des ZDF, 2020